Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Jahr. Clash of Clans hat schon ein Jahresreview als Video rausgebracht. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, denn ich wollte ja selber so ein kleines Jahresreview für mich mal machen. Ich springe mal eben auf den für euch sicherlich interessanteren Account, nämlich dem Rathaus 15. Und ja, wie ist eigentlich das oder wie wird, wie rutscht Clash of Clans eigentlich in das Jahr 2023 rein, wo ja eigentlich 2022 ganz gut gelaufen ist. Also wir erinnern uns sicherlich an die großen, großen Highlights, was natürlich im Oktober mit Rathaus 15 dann nochmal seinen Peak gefunden hatte. Und ich selber muss sagen, für mich war das Jahr in Ordnung, so als Content Creator, so muss ich mal sagen. Ich habe mich ja erst wieder zum Jahresanfang überhaupt selber mal wieder ein bisschen gefunden, nachdem ich so eine kleine Midlife-Krise gehabt habe im letzten Jahr. Und ja, so gut wie gar kein Content mehr gebracht hatte, habe ich mich, glaube ich, aber wieder so ein bisschen erholt. Bin auch wieder in die Livestreams reingegangen. Das hat jetzt auch eine gute, nette Regelmäßigkeit wieder. Ich glaube, meine Videos sind eigentlich auch wieder so ein bisschen auf einem ganz netten, stabilen Weg. Erstmal danke, dass ihr meinen YouTube-Kanal so hart unterstützt, Leute. Ich habe netten Abonnenten-Zuwachs, also ihr müsst das immer sehen, an meiner Größe, meines kleinen Kanals. Und das ist echt wirklich bombastisch, muss ich sagen. Und vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle, dass ihr nach wie vor so hart dabei seid, auch wenn ich dort nicht wirklich jeden Tag ein Video mache. Ich meine, ich habe auch noch ein normales Leben neben Clash of Clans und gehe ehrlicher Arbeit nach. Viele andere oder einige andere gehen auch noch anderer Arbeit nach, machen das auch, aber vielleicht regelmäßiger, vielleicht jünger, keine Familie, noch allein zu Hause, eine eigene Bude und so weiter. Da kann man auch viel, viel mehr machen, Leute. Ich denke aber, so habe ich für mich eine ganz gesunde Mischung gefunden, das Ganze hier für euch zu präsentieren und habe ja auch im Laufe des Jahres endlich auch mal wieder Turniere mitgestreamt. Ich erinnere da an zweimal Rising Star Tournament. Einmal, glaube ich, Dream King und einmal Dreamy Queen. Nein, die beiden Turniere gehen ja über eine etwas längere Laufzeit, aber andere sind da. Deswegen komme ich da auch auf zu sprechen. Rutscht Clash of Clans noch tiefer oder hält es sich? Muss ich wirklich mal sagen, denn ich muss eben mal auf dem Handy schauen. Ich kann euch das mal vorlesen, was ich heute im Discord gelesen habe, beziehungsweise es kam eigentlich gestern Abend schon. Und zwar gibt es natürlich viele, viele Eventserver. Viele sind auch mittlerweile tot, DCM tot, GML tot. Ich glaube, Potluck wird noch gespielt, Rising Star gibt es auch noch und es gibt aber unheimlich viele internationale Server. MLCW zum Beispiel ist da ein krasses Beispiel, wo internationale Ligen gespielt werden und die werden vermutlich etwas lieber gespielt. Vor allen Dingen, wenn es dort etwas zu gewinnen gibt. Ja, wenn es dort etwas zu gewinnen gibt, denn wenn du irgendeinen Cup aufrufst und da gibt es nichts außer Rum und Ehre, das zählt hier schon lange nicht mehr bei Clash of Clans, habe ich das Gefühl. Denn alles muss ja so ein bisschen gewinnorientiert sein. Viele Clans gehen da auch den Weg, dass sie damit ja so die manche Mark verdienen. Und ich lese euch das aber trotzdem eben mal aus dem Discord-Fall, was da gestern Abend war. Ja, denn in den Sätzen finde ich mich absolut wieder, kann ich euch sagen, Leute. Ich mache gerne Clash of Clans, ich setze mich gerne hin, mache gerne Content-Videos, setze mich auch super, super gerne abends in die Livestreams, weil ich auch nicht so einen Druck dahinter habe. Ja, das muss man auch sehen, die einen oder anderen, der hat da viel, viel mehr Druck hinter. Oder mit dieser Geschichte hier richtig Geld zu verdienen, seinen Lebensunterhalt womöglich zu verdienen. Und das habe ich jetzt nicht so wirklich. Das ist mein Hobby hier und das lebe ich aus. Klar wird das auch ein bisschen honoriert. Ja, ich stecke es dann ja letztendlich, stecke ich es auch wieder für euch rein, sage ich mal. Entweder, ich hoffe mal, irgendwann ein neues Equipment, das habe ich ja bitter, bitter nötig. Oder aber, dass es immer mal wieder ein bisschen was bei mir zu gewinnen gibt, auch einen Pass oder was auch immer. Aber ich lese euch das jetzt mal vor. Guten Abend, ihr Lieben. Seit 2019 gehen wir mit euch durch dick und dünn. Das kommt übrigens von der COC Event Lounge. Wir haben immer versucht, den Geist der Zeit zu treffen, um euch eine Vielzahl schöner Events anzubieten. In letzter Zeit allerdings versinkt Clash auch und auch dieser Server immer mehr in den Dornröschenschlaf. Ja, viele Server, da läuft ja gar nichts mehr. Ja, selbst bei jemandem, bei dem ich eigentlich auch mir erhoffe, dass er wieder mal ein bisschen mehr auf die Sprünge kommt, ist der Discord echt tot. Ich hätte fast gesagt, da lobe ich ja meinem Discord, da wird ja wenigstens einmal am Tag was geschrieben. Aber woran liegt es? Wir wissen es nicht. Also, die spielen immer, vor allen Dingen vor der Liga, eine Woche vor der Liga, spielen sie immer eine schöne kleine Liga, also 15er gegen 15er. Und da kann man ein bisschen üben. Und es wurden immer weniger Clans, die sich da gemeldet haben, die da überhaupt Zeit und Lust drauf haben, sowas zu machen. Fakt ist, dass viele Events nicht mehr von der Community angenommen werden, sowohl bei uns, aber auch bei vielen anderen Servern. Ohne Preisgeld oder internationales Publikum geht nichts mehr. Jetzt hätte ich da fast ein Emoji drauf gemacht. Sogar Supercell hat die deutsche Community aufgegeben. Definitiv. Nicht erst seit gestern, ja. Definitiv nicht erst seit gestern. Wir sägen uns quasi selber ab. Auch wir bewegen uns deswegen, oder sind deswegen am Abwägen, ob es sich lohnt, Zeit für eine Community zu investieren, die untersättigt oder eingeschlafen ist. Leute, was mit euch los? Aufgrund dieser legen wir zuerst das CL Warm-Up auf Eis, weil da haben sich nur vier Clans gemeldet. Und für vier Clans lohnt es da fast nicht mehr, so ein Event überhaupt durchzuziehen. Und das Dezember-Warn-Up ist auch das letzte seiner Art, zumindest erstmal bis jetzt. Die fragen natürlich für sich, ob überhaupt noch was gewünscht ist. Und man kann dort über eine Clan-Vertreter-Rolle, oder die haben die Clan-Vertreter-Rolle entfernt, damit neue Clan-Vertreter hinzukommen. Ihr müsst euch also die Rolle geben. Ich verlinke euch den Discord. Ich glaube, das darf ich auch unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild davon machen. Aber es waren eigentlich immer ganz, ganz stabile Events, die dort gespielt wurden. Und dann gestern Abend so eine Hammer-Nachricht. Aber ich glaube, es ist auch so, dass Clash of Clans ist ja schon länger, muss man sagen, ein Nischenprodukt hier bei Supercell. Glaube ich auch. Ja, also Brawl Stars und Clash Royale werden da ganz, ganz anders behandelt und gehypt. Und wenn jemand ankommt, ja, ich bin Content-Creator Clash of Clans. Äh, 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 echt. Ist ja noch schlimmer als Heyday. Ja, naja. Und, ähm, aber dennoch muss man natürlich ein bisschen Spaß an der Sache haben. Gar keine Frage habe ich immer noch. Auch wenn das ein totes Spiel wäre oder ist. Ja, ich kenne viele, ähm, die sich in die Livestreams setzen und den allerletzten Mist eigentlich streamen. Aber sie machen es nett. Ja, sie machen es nett. Und, ähm, egal ob das Spiel alt oder neu ist oder der Hype gerade da ist oder nicht. Ähm, sie sind halt, sie sind halt mit, mit, mit Spaß dabei und machen das, was sie gerne machen. Nämlich entweder streamen oder schön Content bringen. Und das finde ich eigentlich viel, viel, ähm, besser an der Stelle. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch dann die Andersdenkenden, die natürlich damit so ein bisschen, äh, mehr machen. Also im Basebuilding-Bereich, im Verdiener-Bereich und, ähm, aber auch, ähm, muss ich, muss ich fairerweise sagen, wir sind im Moment auf Twitch eine feine, aber kleine Gemeinde dort, um vielleicht, weiß ich nicht, fünf bis sechs Streamer oder so. Ähm, nur die, die mal gesagt haben, jeden Tag einen Livestream und jeden Tag ein Video, die machen das auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, warum das so ist. Das ist sehr, sehr anstrengend, Leute. Ähm, das ist sehr, sehr anstrengend, das durchzuhalten. Muss man ganz krass sagen, mach das mal. Ein Video pro Tag und ein Livestream pro Tag, ja, über mehrere Stunden. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, dass sich die Leute hinsetzen und nach einer Stunde, tschüss, Leute. Ja, das sind ja Streams über zwei, drei und mehr Stunden. Selbst ich habe gestern wieder nahenlos überzogen, obwohl ich mir gesagt habe, Toto, ich mache nur drei Stunden, sind aus den drei Stunden ganz, ganz schnell vier Stunden 50 geworden, ja. Ja, das geht auch ruckzuck, dann gibt es neue Themen, dann sehen wir plötzlich wieder Angriffe, schnappen was Neues auf und so weiter und so fort. Und, ähm, ich kann euch sagen, wenn man das regelmäßig macht, ist das, kann das anstrengend werden. Man muss da immer, ja, man muss so ein bisschen so die, die goldene Mitte finden, sage ich mal. Ich glaube für mich, ich bin ja auch ein bisschen älter gesetzt, da habe Geduld. Geduld ist eine Tugend, ähm, kann für mich so ein bisschen sagen, ich habe die gesunde Mischung natürlich für mich gefunden und ich, wenn ich nichts mache, mache ich nichts, ja. Dann denke ich nicht über euch nach, so nach dem Motto, ah, scheiße, die erwarten jetzt wieder ein Video von mir, sonst drücken die alle wieder den D-Abo-Button. Ja, sollte ruhig machen, wenn ich da mal einen Tag kein Video bringe, aber viele andere haben da eher Sorge, wenn ich jetzt kein Video mache, gehe ich pleite, ja, dann verfolgt mich keiner mehr. Ja, und wenn das nächste Video noch so ein Reißer ist, ähm, ich hole die Leute nicht mehr rein, weil einmal verkackt, immer verkackt. Verkackt hat der Leon hier nicht, hier auf jeden Fall nicht und wir sind noch im laufenden Klankrieg, die machen wir heute Abend noch zu Ende. Also, ich denke mal, das Fazit hier auch von den Clans, die ich wieder so ein bisschen ins Leben gerufen habe, natürlich hat er so ein bisschen, so sehe ich das, die Führungsposition im letzten Jahr sowieso gänzlich gefehlt, weil ich gar nicht da war. Ja, und, ähm, also, ich war natürlich am Leben, ja, aber null für Clash, null. Und ich habe auch wirklich, ich habe mich sehr, sehr schwer getan, überhaupt mal ein Video zu machen, mich also echt hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt machst du mal, machst du mal wieder ein schönes Taktik-Video oder, oder einfach nur ein Video aus dem Leben hier bei Clash of Clans. Und, ähm, das hat sich wieder so ein bisschen, bisschen geändert. Ich bin wieder ganz gut in den Rhythmus reingekommen und wie gesagt, ähm, viele Fragen immer in den Livestreams, kommst du regelmäßig, dann sage ich ja. Ja, ich stream eigentlich montags, mittwochs, freitags, manchmal dann auch an anderen Tagen, je nachdem, wie es mir dann in den Kopf kommt, aber es gibt dann schon so ein bisschen so die festen Tage. Wenn ich dann an einen der festen Tage wirklich mal nicht kann, RL geht bei mir auch immer vor, egal was da ist, dann gebe ich das im Discord meistens bekannt, so nach dem Motto, Leute, ich schaffe es heute zeitlich überhaupt nicht, ich bin noch unterwegs und dann wird mir das auch ein bisschen zu spät. Und, ähm, deswegen glaube ich, habe ich zumindest für mich so ein bisschen die gesunde Mischung gefunden und, äh, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist das, ab dem Moment bin ich, bin ich rundherum zufrieden, ähm, was Streams und Videos angeht und auch was eigentlich Clash of Clans angeht. Ich bin auch gut in Rathaus 15 reingekommen, ähm, hab, ja, natürlich immer noch ein bisschen was zu tun, also ich bin ja jetzt auch nicht so der Gämmer und Käufer und, und hau hier die Hunderter raus, nur damit ich schnell fertig werde, weil wir haben natürlich alle Zeit der Welt, bis der nächste Content kommt und der nächste Content kommt ja womöglich nicht im Hauptdorf, sondern eher in den anderen Dörfern. Klarstadt hat jetzt schon ein bisschen was abbekommen mit der einen Erweiterung des zusätzlichen Stadtgipfels und, äh, nee, nicht Stadtgipfels, sondern des Stadtbezirkes und, ähm, deswegen glaube ich, dass als nächstes, äh, das Dunkeldorf dran ist, also das Nachtdorf und, ähm, dann irgendwann hier wieder so ein bisschen nachgezogen wird. Wir haben auch noch nie alle morgen fertig, ne, und, äh, von daher sehe ich das Ganze eigentlich, ich sehe es für mich entspannt, ja, für viele andere ist das nicht so entspannt, ähm, aber das muss dann jeder selber für sich entscheiden, ähm, wie er seine Herangehensweise dort, ähm, sage ich mal, schafft und wie, 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 wie verbissen man das Ganze auch sieht. Ja, natürlich, ähm, bringt es nichts, wenn ich, äh, sage, ich, ich sage mal so auf einem Montag, ich habe überhaupt keinen Bock zum Streamen jetzt, ich würde viel lieber was ganz anderes machen, was weiß ich, mit einem Kumpel abhängen oder, ähm, gerade jetzt so im Frühjahr-Sommer, da bin ich ja auch sehr, sehr gerne draußen, ähm, und dann mich dann um 8 Uhr vor der Kamera setzen, um 9 Uhr, ja, aber um 8 Uhr oder um 7 Uhr, boah, das ist dann auch so, äh, da ist so richtig so Lust, habe ich da nicht und das gebe ich auch offen ehrlich zu, äh, ähm, dass ich dann nicht, ich habe, ich bin dann nicht unter Zwang, so nach dem Motto, ah, wenn, wenn ich heute nicht komme, dann kommen die am Mittwoch auch nicht, ja, wenn es dann so ist, dann ist es halt so, ähm, ich zwinge ja auch niemanden bei mir reinzuschauen, aber guckt gerne auf meinen Twitch-Kanal, ähm, twitch.tv, twitch.tv, schräger tutu clasht, ähm, dort findet ihr in jedem Fall meinen, ähm, Kanal und, ähm, könnt ihr euch auch gerne die Wiederholung angucken oder ab und zu auch mal einen Clip, je nachdem, was dort gemacht wird und dann könnt ihr euch ein bisschen tiefer in meinen Kanal einarbeiten und natürlich auch ein bisschen in mich, ich bin ein ganz, ganz anderer in meinen Streams, als dass ich hier so statisch 15 Minuten, 20 Minuten Videos mache, wo ich natürlich, wo ich natürlich eine Sache habe, auf die konzentriere ich mich, das mache ich jetzt, ja, und wenn es dann halt der letzte Bockmiss ist, dann ist es halt so, Fails werden immer gerne gesehen, aber, ähm, so ein Livestream ist dann nochmal ganz, ganz anders, ja, mit vielen, vielen Fragen, vielen, vielen Antworten, ganz chillig, ähm, es wird viel gelacht, ich kann euch sagen, ich werde unheimlich alt durch die Livestreams, weil wir auch so wirklich viel zu lachen haben dort und das ist, ist eine coole Sache, ist eine gesunde Mischung, im Moment sind bei mir die Punkte auch sehr, sehr günstig, ich lasse die Kanalpunkte im Moment noch sehr, sehr günstig, das heißt also, so Sachen wie ein Dorfbesuch oder ein Armeevorschlag oder in meine Friendslist reinkommen, ist im Moment etwas günstiger, ähm, und, äh, deswegen schaut ruhig mal rein auf meinen Twitch-Kanal, aber ihr könnt natürlich auch gerne hier auf YouTube meine Videos schauen, finde ich immer sehr, sehr nett, vor allen Dingen, äh, wenn ich sehe, dass, ähm, ich gute Aufrufe habe, tolle Aufrufe habe, und das freut mich natürlich, dass euch der Content gefällt, und wenn euch der Content gefällt, dann weiß ich auch, ja, da machst du auch ein bisschen weiter Content für die Leute, denn, ähm, es gefällt mir, es gefällt euch, und es ist eine Win-Win-Situation, also machen wir doch was draus. Ich wünsche euch auf jeden Fall abschließend, dass ihr ein schönes Jahr 2022 hattet, mit vielen Highlights, sowohl bei Clash of Clans als auch im richtigen Leben, mein Highlight war, glaube ich, tatsächlich meine neun Tage auf Fehmarn im Urlaub, also das war einer meiner schönsten Urlaube, die ich, ähm, gemacht habe, ich will jetzt nicht sagen, vor Corona gemacht habe oder sowas, aber es war nochmal sehr, 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 sehr schön, und, ähm, ich bin auch wirklich mit, nach zehn Tagen mit Herzblut dort weggefahren, ich wollte eigentlich nicht mehr weg, vielleicht ziehe ich ja auch irgendwann mal hin, aber, ähm, das war so ein bisschen so mein Jahreshighlight, und, ähm, das nächste Highlight steht ja gleich an, das wisst ihr, meine Jungs werden 18 Leute, und, äh, direkt, direkt, wenn das Jahr startet, ja, so ein, zwei, fünf Tage später, und das ist erstmal das nächste Highlight, ja, das, ähm, auch da blickt man immer mit so einem kleinen weinenden Auge zurück, so, letzten 17 Jahre, auch mit den beiden, mit Clash of Clans, mit Hay Day, mit Clash Royale, und mit vielen anderen Sachen, die wir gemacht haben, nicht nur am PC oder am Handy, sondern auch, was man so erlebt hat, und, ähm, so ist auch der Jahresrückblick, glaube ich, 2022 war eigentlich ein ganz stabiles Jahr, bis auf, dass wir im Februar eine kleine weltliche Krise bekommen haben, mal sehen, wann wir da aus der Nummer überhaupt mal wieder rauskommen, und, ähm, ich hoffe, ähm, und ich bete auch für, für die Menschen dort, die so viel unsägliches Leid, ähm, ertragen müssen, dass das, ähm, irgendwann auch echt ein Ende hat, und zwar zugunsten derer, und nicht zugunsten des Anderen. Ja, hab ich noch was zu sagen, ja, ich hab noch tausend Worte zu sagen, aber das Einfachste ist, wir machen das in den Livestreams, das ist auf jeden Fall mein letztes Video für dieses Jahr, für 2022, ich hoffe, ihr rutscht gut rein in 2023, vor allen Dingen, bitte, 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 Leute, seid ein bisschen vorsichtig, ich weiß, diese Böller-Geschichte da, die ist ja voll in einer Munde, ja, alles leergekauft, die Leute haben tonnenweise Böller im Keller, die sie endlich nach zwei Jahren wieder verschießen können, aber bitte, bitte, macht es vorsichtig, seid, seid auf der Hut, lasst euch zu nichts animieren, zu nichts irgendwie anstecken oder was auch immer, sondern bewahrt immer noch ein bisschen euren Kopf, und, ähm, dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter im Jahr 2023 wieder, ähm, das wünsche ich mir zumindest, denn, ja, wir geben gleich Gas, mit weiteren Livestreams und, ähm, mit weiteren Clash of Clans Videos von mir und auch von den anderen und damit grüße ich alle Clasher dieser Welt, die mich kennen und die ich kenne und, ähm, sage nochmal alles Gute, rutscht gut rein, bis dahin, im Jahr 2023, euer Toto Clasht. Ich habe jetzt wirklich alles gesagt. Ich glaube, heute kommt auch mal kein Abspann. Ich glaube, ich glaube, heute kommt auch mal kein Abspann. Ich mache den, ich mache den Abspann, das ist ja mal ein Video, den mache ich jetzt mal einfach jetzt so. Aber jetzt ist auch wirklich Ende. Ciao.